Hallo, wir, also ich und Maggie und mein Vater und meine Mutter und mein Freund, Maggie, zeigen euch jetzt, was wir alles so in der Zeit geschafft haben. Ja, ähm, meistens ist es fast fertig. Gibt es hier Licht? Bei dir? Bei dir gibt es Licht. Ja, ähm, hier haben wir gestrichen, fertig, ähm, die Balken haben wir alle geschliffen, hier, diese Dinge hier unten müssen wir festschrauben, die Leisen. Was sind das? Genau, Leisen. Und, äh, den Fußboden haben wir auch mit Laminat fertig gekriegt. Die Trittschuldung kann man nicht mehr machen. Äh, hier ist Ablager-Moment für alles, deswegen, äh, das ist für mein Zimmer, die Trittschuldung. Was haben wir noch gemacht, das weiße, was haben wir da gemacht? Hier haben wir zugemacht, was haben wir da gemacht? Das hat Dani gemacht mit Silikon, ne? Hier, hier haben wir, hier war nämlich vorher so eine große Kuhle, da sieht man es. Kleine Stückchen vielleicht noch. Ähm, der Lichtschuld ist, ich muss seriöserweise ab. Sie war's. So, was haben wir jetzt hier in deinem, hier gemacht überall? Maggie, dein Haar ist immer noch weiß. Ja, ich weiß. Hier, das musst du jetzt sein. Hier hat Papa neu, ähm, gespachtelt. Und so haben wir das weiß gemalt mit Dani und Ron. Wir haben die Bilder hier gar nicht nach, außer halt überall weiß gemalt. Nochmal hier und hier auch noch. Hier ist der Raum. Hier haben wir fast die Wand fertig. Oh, das sieht man gar nicht mehr. Warte, wenn ich hier Licht aufmache, sieht man das denn noch? Ähm, geht denn das Licht hier an? Oh, jetzt zum Beispiel. Sehr gut. So, jetzt sieht man das. Jetzt eine Wand, ne? Hier haben wir die Wand hingewaucht. Ähm, ihr wisst ja, wir sehen vorherigen Videos, außer, ja, hier. Da ist es zu dunkel, da ist kein Licht, Marius. Ähm, Marvin. Nee, unsere Lampen ist ja auch hier inne. Wieso ist das hier zu, Marvin? Damit da nicht diese ganze Raus rauskommt? Nein, der Boden ist angemalt worden. Oh. Geschliffen und angemalt und mit Klarlack und deswegen darf man da nicht reingehen, noch nicht. Hier ist der Flur und hier ist die Wand halt so. Fast fertig, ne? Und hier, Marvin, was haben wir hier? Guck mal, was hier oben? Was fehlt hier? Äh, fehlt eine Lampe. Nein, guck mal, was war hier noch damals? Hm, hier? Nein, hier war doch noch ein Stückchen Wand bis hier. Da war doch noch so eine Wand, die Papa rausgenommen hat. Deswegen ist der Flur jetzt größer hier. Guck, bis hier war die. Guck mal, die ist nicht aufgefallen. Bis hier war die. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Cool, ne? Papa, einfach mal so ein kleines Stück Wand rausgerassen. 2 Meter. Ja, 2 Meter. Was haben wir bei Meere? Geht auf, da geht Licht. Da kannst du Licht anmachen. Äh, das ist nicht. Kann aber. Und was wird dieser? Dank. So, der ist wieder da oben, glaube ich. So, was haben wir hier gemacht? Ähm, hier haben wir den Dank für die Fliesen ab. Musst du hier zu. Hier haben wir irgendeine Schülung rein gemacht. Das ist Bauschaum. Bauschaum. Da ist immer noch die Kuh. Die Kuh, genau. Und was hat Papa hier dann gemacht, nachdem er die Fliesen abgerissen hat? Zuerst hat er ja die Küche weggenommen. Ja, die Küche weggenommen, hat er Fliesen abgerissen und dann, was hat er dann gemacht? Mit drin. Und dann hat er hier, wenn alles eingerissen war, hat es so gemacht. Ja, was ist das hier für eine Platte? Rehgips, ne? Äh, ja. Er hat alles gespachtelt und dann kommen wir als Tapete. Eigentlich hat er so eine, wie heißt das? Das ist diese Platte, die auch für dein Motorrad genommen wird und so. Spanplatte? Nein. Das wird das Zompen immer wieder. Du bist so süß! Äh, äh, wie heißt das? Oder das Motorrad? PC oder so? Nein. Ja. So, was hast du Papa unten gemacht gestern mit Malis zusammen? Hier wurde alles so gemacht, mit so einer Platte, die gerade Pappel in deinem Zimmer aufbaut. Genau, Rehgips, Platten ist gleich wieder. Ja. Und was hat Malis hier gemacht? Guck mal, was Malis hier gemacht hat, überall. Die Fugen zu, ne? Weil die Wand soll ja so bleiben. Beton rein, oder? Das ist Spachtelmasse. So kippst du ein bisschen. Das ist ein Beton. Ja. So, sonst haben wir hier gar nichts gemacht, ne? Nee. Wie lief ich das machen? Was ist denn bei dir noch nicht? Die Treppe ist da irgendwie neu. Die Treppe war das schon mal, ich glaub mir. Aber ist auch neu. So, was haben wir im Badezimmer? Gummert im Badezimmer, du musst auch gucken? Ja, das ist zweites Mal, das Pelch. Äh, lau nicht, das Waschbeck kommt noch raus. Alter, wenn du... Das sieht übrigens sehr schön aus hier, oder? Wenn man dieses... Das haben wir repariert heute, das? Ja, guck mal hier, wenn man den dann macht, wird der anders. Ja, aber nee, hier ist ein Bewegungsmelder drin. Wie tut ihr das, haben wir hier gemacht? Mh, das Klo. Der Klo-Deckel, ja genau. Hier. Wunderschön. Ich hatte mich da so getäuscht, wo ich das so gesehen hab. Hä? Warum hängt da ein Ding dran? Warum hängt da... Und dann hab ich so... Ja. Das ist gar nichts. Und hier haben wir Streifen, das will gerade erst auf den Fallen. Genau, wir sind so dunkel streifen. Ich weiß, wie ein Matrosenanzug. Ja, das sollte auch so ein bisschen maritim werden. Ja, also ein richtig schön dunkelblau, das hab ich selber gemischt. Das könnt ihr erst so nicht kaufen. Warum ist der Wurmer nicht so getäuscht? Weil es ein Fliesenmangel. Ich sehe übrigens aus, als hätte ich gearbeitet. Du auch? Bist du wirklich? Nee, so ein bisschen nur. Hier, guck mal nach. Darf man mal das? So, und was war hier vorher für eine Farbe an der Wand? Weiß. Nee, guck mal hier. Lila. Oh, lila. Genau, so liegt das. Ich sag jetzt abstellen. Ja, da haben wir erst mal alles dringetan. Das kommt da in mein Zimmer, diese Laminat. Aber genau das kommt auch in unsere Wohnstube. Genau. Kommen wir zu deinem Zimmer. Mein Zimmer? Ja. Was haben wir hier alles gemacht? Dann müssen wir uns das Radio kurz ausmachen. Heute. Heute. Heute diesen Tag. Heute diesen Tag. Was haben wir vorher gemacht? Die letzten Tage? Die kennen das hier auch noch gar nicht, Magen. Dass das hier alles weg ist. Echt? Das kennen wir noch nicht? Nee, das kennen die noch gar nicht. Hier haben wir Wannen eingerissen. Genau, die beiden, die vier Wände haben wir eingerissen. Da drin war dieses hier. Styropor, ganz viel, ja. Ja, aber genau dieses hier. Genau so, genau. Das ist das Original. Das Original von dieser Streege, okay. Super. Passt das noch rein? Das war noch nicht früher. Oder? Nee, vielleicht kommt es von da unten. Ja. Das ist Original. So, wir müssen weitermachen. Ja, okay. Aber ich habe gesagt, das ist das Original. Ja, das ist Original. So, was haben wir noch gemacht? Ähm, hier ist frei geworden. Ja, genau. Ja, genau. Das war gestern alles noch dreckig, weil wir haben ja hier geschliffen auch. Irgendwann war alles dreckig. Hat fehlte den Wagen gemacht. Hier kommt ein... Gebegrigragraschrak... Gebegrigragraschrak... Begegrigraschrak... Lelelashrak... Ja. So, was haben wir noch gemacht mit den Balken hier? Äh, die haben wir geschliffen? Genau, aber sie sind nicht mehr schwarz, ne? Ja. Die sahen mal... Hier ist noch ein Balken, der ist schwarz. Äh... Oh, nee, doch, Papa hat es auch gemacht schon. So, so wie hier. Da oben ist eine Ecke noch. Oder hier. Ich muss hier mal kurz... Und geschliffen sind... Äh, Papa, hast du die schon angemalt? Ja. Alles schon so mit... Mit Klarlack, ne? Ja. Okay. Und mit Baum, äh, mit... Äh, Holzflug. Nicht das zu lesen. Nicht das zu lesen? Doch, könnt ihr gerne lesen. Ich weiß nicht. Das hier war meine Schwester. Da. Da, la, 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 la. Und wegen der sind doch deine Haare. Ja, ich hab so einen weißen Fleck auf dem Haar. So, was haben wir noch gemacht hier? Äh... Mit der Wand, was ist mit der Wand hier? Ja, hier haben wir eingerissen. Oh ja, die Wand hast du eingerissen. Das war ja im ersten Video. Das ist so hochgelang. Ja. Ja. Was haben wir denn hier zuerst gemacht? Hier, guck mal, die Wand. Oh, gosh. Ah, hier waren so... Nur so einzelne Tapeten. Und da haben wir... Genau, die Tapeten haben abgerissen. Und... Und hier neue noch. Das hab ich mit Manni hier gemacht. Wir haben die Wand weiß gestrichen, ne? Die war ja so eklig grau. Die haben wir weiß gestrichen. Ja, ich hab das für Tiere drin. Ja, wegen den Finstern. Und was haben wir... Das ist ein Elefant. Benjamin. Ja, Benjamin Blümchen, meinst du? Ja. Ja. Das war so gut. Ja, Mai, was haben wir noch hier? Was machen Marlies da gerade? Sterne. Sterne. Für den Sternenhimmel, für das Spielwett nachher, genau. Und da? Heißlöpfung. Genau. Und hier kommen noch so Rasen-Elefanten. Ja, so ganz kleine Elefanten kommen hier hin. Oh, ich hab da reingefasst. Das ist ja noch frisch. Maggie, dein guter Pinsel, der Kleine, ist dahinter gefallen. Oh nein, der kriegen wir da nie wieder raus. Na egal. Also mal, ich mach dir einen ganz schönen Sternenhimmel. Ich hab hier mal so ganz kurzer Sterne gemalt. Und die umpflastern wir jetzt mit so... Wo seht ihr das? Hier sieht das. Und dann, äh, der ist so ein Herr Sterne. So, Mann, was noch? Den Boden haben wir sehr schön dekoriert hier. Ja. Da hab ich meine Farbe ausprobiert für den Vogel. So, Marlies, wir haben die Eben. Genau, Regelsblattnummer noch. Wie Eben. Oh, das war aber schick, oder? Ja. Mal schauen. So, Mann, was hat mir Papa hier gehabt? Erst so dringend, hier hab ich mir das eingeritzt. So, was eingeritzt? Ja, das ist so. Hier steht M plus F klein. Tschüss. Warte, wir müssen uns mal fokussieren. Ja, guck mal, die sehen das sogar. So, dann, äh, was macht Papa hier? Mit der Wand da? Hier macht er alles mit Regelsblattnummern zu. Genau. Ja. Und hier war vorher alles hässlich. Ja, hier war vorher alles hässlich, genau. Was kommt da beim Schornstein? Ähm, deine Zuhörer, oder? Nein, dann macht Papa das auch zu, alles. Echt? Ja, hier so, hier so, hier so, macht er so runter, dass das so gerade ist. Schön. Hier könntest du schon mal Regale hin? Ja, da möchte ich auch Regale reinmachen. Und hier könnt auch, wenn du bald so einen YouTube-Player warten hast, können wir hier hin? Ja, da kommen die YouTube-Player warten hin. Aber erst mal hier hin zu gehen, weil ich bin so stolz auf, wenn wir endlich die 1 Million Abonnenten haben. Ja, klar. Aber wie viele Abonnenten kriegt man eigentlich mit den Silbernen? 500. 500? Oder 100? Wie viele hast du? 7. 7.000. Was? 100. Ja, ne? 100 und dann die Golde mit 1.000. 1,5. Ich verstehe nicht. Aber wann kriegt man den Silbernen? Ey, mit 100.000. 100.000? Ich habe Regen tausend jetzt. Oh mein Gott. Also alle nicht vergessen zu abonnieren und dann die Glocke zu drücken. Und drückt bitte auf, gefällt mir. Oh, ich stehe dich nochmal da hin. Ich mache nochmal diese Daumen. Sehr cool.